Darf ich allen unseren Klienten, allen unseren Freunden und Bekannten für das bevorstehende Weihnachtsfest die besten Wünsche von unserer Kanzlei, von unseren Geschäftsführern und von unserem gesamten Team übermitteln? Wir hoffen, Sie haben für das Jahr 2016 vorgesorgt. Diese vielen steuerlichen Probleme, die auf Sie zukommen, können natürlich auch gelöst werden. Und wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie uns in der Trapnach AKD 1. Wir sind gerne für Sie da.